1, 2, 3, das Glück meint es gut mit uns. Security, Platz machen! ...haben eine echte Schatzgruppe gefunden, den legendären Bunkerkomplex D6. Riesige Lager gefüllt mit Vorräten. Dort gibt es Medikamente und genug Konserven, um das Reich für 100 Jahre aufrechtzuerhalten. Und genug Waffen, um die Freaks und genetisch Unreinen vom Antlitz der Erde zu verbannen. Aber D6 wurde von Sparta eingenommen und besetzt. Die korrupte Hand... Herr Stürmerführer! Was wollen Sie? Scheiße! Was zum Teufel! Zweite Fangene haben die Wachen ermordet und sind getürzt. Was zum Teufel! Zweite Fangene haben die Wachen! Bewege uns in die Wachen! Bewege uns in die Wachen! Aktion! Mieren ab! Riechen! Beeilung, Aktion! Oh Gott, ich renne, ich renne, ich renne! Spring! Boah! Hände weg, du Miststück! Krieg hier durch! Krieg hier durch! Oh my god, ich renne! Oh my god, ich renne! Scheiße, bist du okay? Aktion, haltet durch! Da, da, du Miststück! Auf dem Boden, auf dem Boden, du Mistst! Ich erger mich, wir schießen! Bam! Halte durch, haltet durch, nur noch etwas legen! Schwanzig! Ich sehe sie! Da sind sie! Halten sie auf! Stopp! Lass sie weg! Wir haben das Unmögliche geschafft! Jetzt muss ich den Orden darüber informieren, dass der Schwarze vermisst wird. Was bedeutet, einzugestehen, dass mein Auftrag gescheitert ist. Aber wenn er unten in der Metro ist, werde ich ihn nicht alleine finden können. Ich muss zur nächsten neutralen Station kommen und dann zur Polis, im Hauptquartier des Ordens. Pavel wird mir den Weg zeigen. Oh, okay, das sieht so aus. Ich bin abgehängt. Jetzt beeilen wir uns besser, zum Theater zu kommen. Was? Irgendwas gucken wir? Sehr gut. Diese Rüstung bin... Festhalten! Okay. Au! 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 Ich glaube, das ist meine Munition. Ich kann mich nicht erinnern, diesen Tunnel auf irgendeiner Karte gesehen zu haben. Tja, wir sind jedoch noch auf Reichsboden. Da ist Vorsicht geworden. Oh, das ist die teure Munition. Ein Rohr. Komm her, Ratio. Jetzt haben wir uns am Anfang tolle Waffen ausgesucht. Jetzt haben wir die Waffen wieder. Nein, noch nicht. Die Revolution wartet nicht auf Einzelnen. Naja, abwägen wir jetzt noch warten können. Komm her, Ratio. Ach, wir haben unsere Lampe wieder. Hier, Kuppert. Hä? Okay. Okay. Hilf mir mal hier hoch. Okay. Mach mal hier richtig Teamwork hier. Okay, das freut mich. Gut. Gut. Okay. Warte hier während ich mich um... Spion, schnapp ihn ab! Ein echter Ninja. Bringen wir ihn zum Wachposte. Und was, wenn dieser Scheißer nicht alleine ist? Achtung, zweiter Wachpost. Überprüfen Sie Ihren Sektor des Tunnels. Wir haben hier eine Rate in der Schicht. Bleiben Sie aufmerksam. Es gibt noch mehr Fahrzeuge. Verstanden. Überprüfen das. Ende. Was für eine verdammte Scheiße. Eine kommunistische... Um den mach ich mir keine Sorgen. Stimmt. Wer weiß, wie viele von diesen Bastarden sonst noch in den Schatten lauern. Alles, was ich weiß, ist, dass... Ich werde jetzt hier. Ich werde jetzt hier. Ich werde jetzt hier. Ich werde jetzt hier. Achasse, wo wir schon mal dabei sind. Nur um sicher zu gehen. Okay, komm her, du Garner. Ja, ich bringe euch alle. Was habe ich da munitionsmäßig? Ach, das ist so einzelne Granatwerfer-Dings, Bums. Warte mal. Zehn. Wie viel ist der hier? Naja, okay. Wurscht. Oh mein Gott. Wurscht. Zweiter Wachboss. Entstanden Sie Lagebericht. Wer ist da? Alles klar, Ende. Verstanden. Ende. Schau zu, als ob ihr da dringend war, du... Er ist tot. Jetzt bist du erledigt. Neues Magazin. Der ist die Stimme. Alleine Verluste. Vorsicht. Na? Habt ihr schon genug? Ja, ich glaube schon. Ja, wir haben unseren Spaß hier, oder? Na, ich würde doch wohl nachladen. Hm. Naja. Ist doch hier romantisch, oder? Oh. Ah, du hast sie gehabt. Das ist Schalldämpfer. Das ist mein Maschinengewehr. Die wird doch mehr als ein Stück. Na gut, das ist wahrscheinlich ja Ding. Wir bleiben bei der hier. Naja, okay. Wir haben ja jetzt auf jeden Fall hier clear. Was mich freut. Können wir uns ein wenig umschauen, ob es hier noch irgendwas gibt. Wir hätten ja auch mal das Messer nehmen können. Wir haben nämlich noch ein Messer. Dieses Wurfmesser. Nice, nice. Wow. Also hier gibt es auf jeden Fall verschiedene Wege, um reinzukommen. Auch im Schleichmodus. Da könnte man hier vorbei anscheinend. Hier runter. Wow. Also die Verstecke haben sie viel besser gemacht für die Munition als im letzten Teil. Das freut mich richtig. Die haben sich sehr viel Mühe gegeben. Muss ich zugeben. Warte mal. Liegt hier aber auf dem Tisch noch was? Nein. Oh, bist du gestürzt? Ja. Das ist aber jetzt eine andere. Die hier ist mit Schalldämpfer. Das habe ich lieber. Die ist besser. Und der, das ist meine. Also hallo. Bevor ich da irgendwas... Au. Okay. Neuer Eintrag. Trennung. 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 Okay. Nice, nice. Was ist hier? Zweite Treppe. Oh. Mein Akku geht... Äh, meine... Meine Lampe wird schwach. Aber schön. Jetzt kann man endlich mal etwas reden. Wow. Maschinengewehr? Ah, ja. Maschinengewehr. Maschinenpistole. Ich will es lieber leis haben. Ich stehe hier ziemlich auf... Verdeckt und alles. Komme ich hier irgendwie rein? Aber da drüben ist eine Treppe. Das heißt, ich muss von da drüben... rüberkommen. Also raus. Das heißt, ich muss von da drüben sein. 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 Da war doch irgendein... Achso, ja, stimmt. Das war das eine Ding. Nein. Ich will das Komplette. Ich will das. Ups. Ach, scheiße. Da kommen wir nicht weiter, also runter Die Pistole hier ist aber nur ein Schuss Das ist ein wenig nervig Ah, jetzt hätte ich sie nicht wechseln sollen Naja, okay Man kann nicht alles haben Aber wir finden sicherlich noch genug Oder? Du hast auch noch irgendwas, oder? Ah ja Sorry Bro Alter, wie viel man hier bekommt zum lesen Nee Okay, sorry, dass es jetzt etwas dunkel wird Aber das ist leider der Sinn des Spiels Und ich kann euch beruhigen, ihr seid genauso wenig wie ich Wenn nicht sogar etwas mehr Oh Jetzt bin ich erschrocken wegen dem Schwachsinn Okay Weiterschleichen I Spinn weg Spinne Pavel wird ziemlich sicher gehängt Wer weiß, was mit mir passiert wäre, wenn er mich nicht befreit hätte Rot, blau, gelb Welchen Unterschied macht das schon? Er hat sein Leben für mich riskiert So etwas erlebt man in der Metro sonst nicht Ich kann ihn nicht einfach im Stich lassen Ja, wir werden ihn Na gut, wir werden ihn wahrscheinlich nicht retten können Aber wir werden unser Möglichstes tun Oh, oh, stehen bleiben Bleib stehen Bleib stehen Okay, daneben nicht Ach so, ist Freund Artyom Scheiße Ich wusste, dass du mich nicht im Stich lassen würdest Du bist ein echter Kamerad Ich stehe für immer in deiner Schuld Jetzt bring mich von hier weg Dann führe ich dich in Nullkommanichts nach Hause Scheiße Die kommen meinetwegen Bringe mich zur Schlinge Viel Glück, mein Freund Du bist jetzt meine einzige Hoffnung Oh je Na los, schwing deinen Hintern hier raus Du, verdammte Kommunistenratte Und wir laufen in die andere Richtung, ne? Wenn dein Bruder also als Friede getroffen wurde Wenn deine Mutter nach Mord zu sein scheint Dann weißt du ja, was das verdammt ist Was? Dass du entweder auch ein Fried bist Oder deine Mutter eine Nutte ist Du Du Komm schon, sag Meine Mutter ist eine Nutte Sag mir, komm, geht es sein Ansonsten bist du ein Fried Wenn deine Mutter friegt Ah, er denkt das gleiche wie ich Sehr schön Warte 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 Okay Ich bin dein Vater Meine Mutter ist eine Nutte Na also, geht doch Dass ich sie besuchen komme Und sei vorsichtig, was du über meine Gitten Jetzt weiß ich, dass du ver... Wenn du hier bist Warst niemand auf der Lager Hey Ma, bist du da fertig? Ich bin weg Fertig am Arsch Und ich habe euch doch gesagt Ihr hättet diesen krüppern Kerl nicht ins Lager schicken sollen Der war nützlich Auch wenn du das nicht war Ich war In uns Okay Das Messer war jetzt ziemlich wertvoll Ich hoffe, ich werde nicht von einem Kommunisten angefallen Okay, ganz langsam Oh mein Gott Hat er sich da Wodka reingemischt? Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Okay Das hier ist glaube ich ein Stückchen besser Ich sehe nämlich noch einen Speicherpunkt Mann, ist das geil hier Achtung Der Alarm gibt noch immer Die Einzelrichtlinge sind noch auf freiem Fuß Bleiben Sie achtsam Alle verdächtigen Personen werden bei Sichtkontakt erschossen Machtwechsel in einer halben Stunde Hast du das gehört? Der Alarm gilt noch immer Du könntest wenigstens deine Waffe beweithalten Ich habe meine Waffe in meiner Hose Während du deine Impfwaffe abgegeben hast Ja, ja, ja Diese Waffe wird uns so viel helfen Wenn die Rotten kommen, um deinen Arzt zu holen Aber so sehen wir, hier wird es etwas besser Ja, das ist gut Ist das auch so eine? Ähm, ja So Ja, ist die gleiche Muni Ach ne, die teilen sich alle die gleiche Muni Ich wünsche dir jemand Irgendjemand würde kommen Selbst eine gute Hand mehr, okay? Okay Okay Wow Oh. Ich werde jetzt gerne in der Bahn. Ja. Alter, das Feeling ist hier richtig geil. Aber als wirklich ohne Spaß, das ist Wahnsinn ey. Oh. Oh. Junge. Einen Saufen. Das wäre jetzt genau das Richtige. Alles meins. Ich mach euch alle kalt, ihr Schweine. Oh. Naja, okay. Das muss ich am Leben. Ah. Es hat abgespeichert. Das heißt, wir machen hier mal einen Cut. Heilige Scheiße. Wir machen hier auf jeden Fall einen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Runde. Ciao. Ciao. Ciao.